Hallo Freunde und willkommen zur zweiten Aufnahme hier zu Let's Play Aloyses Und wie ihr seht sind wir wieder hier, das heißt es gibt Autosaves oder Save Points Was auch bedeutet, dass wir wahrscheinlich wieder hier unten rein müssen Ja, hier riecht es stark nach Wein, aber ich kann kaum etwas sehen, ich muss Licht machen, vielleicht mit diesem Generator Kein Benzin drin, ich muss Benzin finden, um ihn zu benutzen und damit, da waren wir ja stehen geblieben Und da hatten wir ja schon was gefunden Nämlich hier unten war ein Schlauch Der könnte nützlich sein Und hier unten war eine Vespa Die müsste jetzt hier rechts stehen, ja genau So Sehr gut Da scheint noch Benzin drin zu sein, das ist sehr gut, dann können wir uns doch jetzt den Schlauch nehmen Okay, zuerst brauche ich etwas, um das Benzin aufzufangen Aber ich muss mal gerade, glaube ich, nochmal in die Optionen schauen Ah ne, ist noch, okay Gut, wollten nur nochmal sicher gehen Ich brauche etwas, dass ich das Benzin füllen kann Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück weiter runter Hallo Schrie er in den Wald und starb Die erste Folge war ja etwas länger, wie ich auch angesagt hatte Ich wollte sie eigentlich noch länger machen, ich hatte eigentlich vorgehabt, so circa eine halbe Stunde Das waren ja dann letztlich doch nur irgendwie 22 Minuten oder so Das lag leider daran, dass ich ja am nächsten Morgen wieder so früh raus musste Morgen habe ich Urlaub, dementsprechend kann ich dann jetzt auch ein bisschen aufnehmen Ich höre hier irgendwas Was ist das? Was ist das? Das klingt wie Trommelschläge Läuft jetzt hier einer mit so einer kleinen Trommel durch die Gegend oder was? Ah Ich glaube, ich sehe, was es ist Und zwar Hat sich da was Verfangen Kann ich schwimmen? Zack Ein leerer Kanister Welch Zufall Ja Dann würde ich sagen Nehmen wir doch den Kanister, den wir befüllen können Um den Generator anzumachen Gott, das ist so schummrig hier alles Das ist echt übel Ähm, genau, was ich sagen wollte Ich wollte es eigentlich länger machen, aber weil ich so früh wieder raus musste am nächsten Tag Musste ich das Ganze noch rendern und hochladen Und zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir es schon ziemlich spät Dementsprechend war dafür nicht mehr so viel Zeit Und Ja Konnte dann auch nicht weiter aufnehmen Musste deswegen nach 20 oder 22 Minuten oder was es waren dann eben abbrechen Aber es ist ja okay Ich mache jetzt weiter Und Kann ich den Schlauch nicht mehr mitnehmen Vielleicht kann ich den einen der Mönche oder was das auch immer sein sollen Vino Veritas haben die ja gesagt Das klingt lateinisch und nach Mönchen Mönche trinken Wein Deswegen komme ich auf Mönche Ähm Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte Genau, kann ich den Mönch in den Arsch stecken Da leuchtet er vielleicht Mach mal mit dem ein bisschen Licht Ich mache jetzt mal gerade die Tür zu Weil ich einfach Angst habe, wenn ich hier Licht mache Full steht da drauf Jetzt pullert der da gerade rein Ja, noch habe ich die coolen Sprüche drauf Naja Schön Bom, bom Ja In Vino Veritas Was soll mir das jetzt hier sagen Hier ist doch nichts Ich habe gerade Angst, dass hier einer reinkommt Ehrlich gesagt Geht nicht Ich kann das Licht nicht ausmachen Jetzt klappt's Okay Also wenn wer reinkommt, dann weiß er auch, dass wir hier drin sind Logischerweise Die Glasflaschen können nicht kaputt gehen Oh, ich kann den Stuhl sogar Hier, vielleicht kann ich den da vorstellen Dann kriegt er die Tür Achso, nö, okay Kann ich mich auch hier irgendwie drunter verstecken oder so Boah, habe ich mich gerade erschrocken Weil ich auf dieses blöde Fass gedrückt habe Habe ich gedacht, da hätte jetzt jemand an der Tür geklopft Gott Der Schweine Ja, ich finde hier keinen Schlüssel Jetzt habe ich hier Licht gemacht Was soll ich denn jetzt machen Okay Mir wird nichts mehr gesagt Hm Seht ihr hier irgendwo einen Schlüssel? Unter dem Teller ist nichts Hier ist nichts Erinnert einen so ein bisschen immer an so einen Comic, ne? Hier, hm, gucken, nein, wegschmeißen und so Hopp Ich finde hier keinen Schlüssel Ich finde hier keinen Schlüssel Boah, ich habe echt Angst, dass gleich einer hinter mir steht Warum kann ich die da nicht nehmen? Hm 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 Ich weiß nicht, wo der Schlüssel sein soll Vielleicht haben wir ja nicht nur hier jetzt Strom angemacht Sondern überall Hm Hm Ne, ich wette, das muss da sein Sonst hätten wir da nicht den Generator jetzt angemacht Vielleicht müssen wir nochmal zu ihr Reden hilft hier nicht weiter Ich muss den Schlüssel für die Tür finden Gut, also wir sollen Batterien für die Taschenlampe finden und den Schlüssel für die Tür Wir haben jetzt da hinten den Generator angemacht Wissen aber nicht Wofür Ja doch, um Licht zu erzeugen Aber Ich sehe hier auch keine Batterie Ich sehe hier nichts Da kommt nix raus Ja, ich finde den Scheiß Vielleicht irgendwie oben drauf Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist dahinter Weil die Flaschen kann ich nicht wegklicken Aber das ergibt auch keinen Sinn Die kann ich auch nicht mehr anklicken, da die Flaschen Ich glaube, die hängen jetzt irgendwie in der Wand Die sind kaputt Da ist auch nix Unter dem Tisch ist nix Ich finde hier nix Tut mir leid, liebe Freunde Hier ist doch gar nix Ich kann es doch meiner Oma erzählen, dass hier irgendwas sein soll Da oben drauf Auch nicht Ne Hm Das ist ja jetzt blöd, ne Jetzt habe ich hier das Zimmer schon zehnmal Auf den Kopf gestellt In Vinum Veritas Ja Vielleicht soll ich auch einfach noch gar nicht Was ist denn hier mit diesem blöden Schalter Der muss doch irgendwas machen Der führt hier oben lang Da Hier Zur Lampe Also kann ich die Lampe nicht ausmachen oder was Geht nicht Die Lampe bleibt an Boah, habe ich mich gerade erschrocken Alter Drücke ich statt auf den Lichtschalter auf die Tür Und die Tür geht auf Alter Boah Ah Gott Schummriges Spiel Es hätte nur noch gefehlt, dass da einer vor mir steht Naja, erschrocken habe ich mich ja schon, als wenn einer vor mir gestanden hätte Ja, ich finde hier keine Batterien Ich finde hier keinen Schlüssel Es tut mir leid Ich finde hier nix Vielleicht heißt es auch einfach, dass wir Mit der Kraft einer Weinflasche die Mönche kaputt machen können Hier ist nix Da drunter ist auch nix Ich sehe hier einfach nichts Hm Vielleicht müssen wir irgendwas mit den Holzschalten machen Hey Komm Komm hier rein Komm hier rein Ah, da haben wir ihn Hm Keine Ahnung Da oben muss ja auf jeden Fall noch irgendwie ein Haus oder Also da ist ja noch ein Haus drauf Da führt auch irgendwie ein Kabel lang Ah Zu der Lampe hier Kommen wir hier auch irgendwie nicht hoch Ne, ist auch verschlossen Vielleicht haben wir auch da unten irgendwo was vergessen Aber ich meine, wir sollten ja das Benzin holen Mit dem Benzin, den Lichtgenerator Also ich kann mir das nur so vorstellen Das muss ja einen Weg ergeben, ne So Wir hatten den Weg hier rein So Jetzt haben wir den Generator nicht angekriegt Dann sind wir raus Haben die Vespa gefunden Haben den Schlauch reingesteckt Kanister genommen Alles da reingefüllt Jetzt haben wir hier Licht Also muss uns das doch irgendwas bringen Dass wir hier Licht haben Oder sehe ich das falsch Das muss uns doch irgendwas bringen Ich verstehe auch nicht warum das hier nicht erweitert wird Weil wir haben den Dieselgenerator ja jetzt Ja Ja im Prinzip Ja im Prinzip Angeschmissen Das heißt er müsste doch jetzt was Neues sagen Ich bin gerade echt zu blöd Verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Was haben die nochmal gesagt Die Wahrheit liegt im Wein In Vino Veritas Die Wahrheit liegt im Wein Das ist alles leer hier Keine Weinflaschen Außer die drei Die kann ich nicht bewegen Ich gehe jetzt nochmal Nochmal runter Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen Ich bin ja da ja so mehr oder weniger runtergestolpert Aha was ist das Ist irgendwie so ein Holzlagerplatz Ich sehe nix Sehr neblig da unten Ist hier irgendwas Ich habe extra irgendwas Und nicht irgendwer gesagt Irgendwer kann mir nämlich gestohlen bleiben Ich schaue mir gerade die Bankverfolge an Wo dann von der Küche Verreicht Wo das so zusammenbezucht war Gott ey Also zur Erklärung Falls das nicht mitgehört hat Steffi hat sich gerade Eine Minecraft Folge von uns angeguckt Wo ich mich vor einem Meek Creeper erschreckt habe Und Deswegen ist sie gerade zusammengezuckt Und wegen dem Bin ich gerade zusammengezuckt Weil ich ja hier gerade dieses Super motivierende Spiel spiele Ich bin so lustig drauf So fröhlich Hier ist nichts Hier hatten wir den Benzinkanister irgendwo gefunden Mit einem Geäst da hinten Finden wir hier vielleicht noch irgendwas Hier ist nichts Also ich habe Ich gebe mir wirklich Mühe Das hier alles zu finden Leute Aber ich sehe ja auch so gut wie gar nichts Ohne Taschenlampe Und hier ist auch einfach nichts Ah ok Also man kann eine gewisse Steigung Nicht mehr überschreiten Muss man also dann doch Auf den Wegen bleiben Ich hatte gehofft Wir können da einfach jetzt so hochklettern Scheint nicht der Fall zu sein Ok also es muss da oben Irgendwo was sein Aber vielleicht können wir ja Irgendwie aus der Dingens Ich bin ziehen schon Können wir da nicht irgendwie Licht Oder sowas rausnehmen Da geht auch gar nichts mehr mit Das heißt es ist wirklich so Dass wir da irgendwas In diesem Weinkeller finden müssen Alles andere Macht für mich keinen Sinn Da ist auch nichts Ich muss hier unten irgendwas finden Sei es nur eine blöde Batterie Das gibt es auch nicht Bin ich denn wirklich so bescheuert? Jetzt habe ich hier Licht Aber wofür habe ich hier Licht? Was ist das? Das ist ein Trichter Jetzt ist er weg Oh gut Das Geheimnis liegt im Wein Die Wahrheit liegt im Wein Deswegen dachte ich man müsste die kaputt machen Aber Man kann die ja nicht kaputt machen Die Dinger hier Die kann man ja durch die Gegend schießen Wie man will Die gehen nicht kaputt Das ist echt merkwürdig Ich bin echt gerade Es muss doch hier irgendwo was sein Ich bin echt merkwürdig Das ist echt merkwürdig Das ist echt merkwürdig Vielen Dank.